Musik Wir feiern drei Tage lang das, was uns verbindet. Sichere dir jetzt Tickets für die Polaris Convention 2023. Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir schauen, was Upper Red macht und Upper Red redet anscheinend über Mois. Mois, für alle, die nicht wissen, wer Mois ist, Mois ist ein Rapper, oder? YouTuber, Twitch-Streamer, Rapper. In erster Linie YouTuber. Hat dann auch Musik gemacht. Genau, und der hatte einen Kollegen, aka Bruder, Maestro unter anderem, der mit ihm das alles aufgebaut hat und alles mögliche gemacht hat und dann den aber nie bezahlt hat. Das war diese Keller-Gang, oder? Ja, das war eine ganz große Gruppe, aber der hat ganz, ganz viele Leute anscheinend nicht bezahlt, vorneweg. Vor allen Dingen Maestro, mit dem er das alles gemacht hat und hat die ganzen Einnahmen für sich eingecashed, hatte dann sogar ein kleines Label gegründet, hat da Künstler rangeholt, wovon er dann von großen Musiklabels irgendwie Vorschüsse kassiert hat im Wert von 80.000 Euro und immer gesagt hat, gab nie Geld, Leute, ihr müsst eure Karriere selber machen und so weiter und so fort. Ach komm, ich bin nett und zahle aus meiner eigenen Tasche jedem von euch 20k, hat also 40k plus gemacht, ohne irgendwas zu machen und so weiter und so fort. Hat seine Freunde und Brüder halt ausgebeutet ohne Ende. Wohl, ne? Das Wichtigste ist, dass uns ApoRed jetzt alles Wissenswerte darüber hoffentlich erzählt. Genau, und ApoRed sagt uns jetzt, wie es wirklich war und dieses Video ist gesponsert von Shining Sapphire. Ja, der übrigens ein absolut cleaner, Leute, der Bürger ist. Ja, let's go. In erster Linie frage ich mich nicht, wo du warst, in erster Linie frage ich mich, warum du immer noch einen Sticker auf dem Mikrofon hast oder so. Das klingt, als wenn, weiß ich nicht. Mann, das ist sein Handy. Durch die Pringles-Dose ihr filmt. Ich frage mich dasselbe wie der Chat. Ich frage mich, ob so der offene Vollzug aussieht in Deutschland. Ist er nicht, der ist doch nicht mehr in Deutschland, oder? Das ist der nicht abgehauen, war da nicht um was? Ich weiß es nicht genau, keine Ahnung. Ja, es fehlt einigen wahrscheinlich, die Trimax-Reaktion, ich verstehe das. Total, mir fehlt der Kontext. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. ... hat einen Track rausgehauen, hat da eine Line, den alten Kumpan Maestro gewidmet, auf Diss-Basis. Maestro dagegen hat dann 90 Minuten Zerfetzungsantwort, wie du was auch immer gemacht. Und Mois hat dann wieder darauf geantwortet, bla bla bla. Und ich muss erst mal sagen, Freunde, ich stelle mich jetzt auf gar keine Seite nach dem Motto, Digga, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt da, okay? Ich versuche den ganzen Haar... Das sah gerade aus, als würde er mit der Schlitzschuh fahren. Ja, war gut. Ich hätte es krass gefeiert, wenn das Video jetzt an der Stelle geendet hätte. Er sagt, yo, die beiden haben Beef, ich habe keine Meinung dazu, tschüss. Eigentlich müsste das Video jetzt an der Stelle vorbei sein. Und dann noch 20 Minuten, wie er im Hintergrund klein in irgendeiner Hecke steht und zu schlechter Musik tanzt. Das wäre witzig, aber hat er jetzt gerade gesagt, er möchte den Hasen erleuchten? Ich muss das nochmal kurz hören, es tut mir leid. Ich versuche den ganzen Hasen mal einzuleuchten, auf einer Main-Character-Basis, okay? Den Hasen einleuchten auf Main-Character-Basis. Sorry, ich muss mich ganz kurz aufschreiben für den Titel. Den Hasen einleuchten auf Main-Character-Basis. Alles klar, Handel. Gut, danke dafür. Ich wünschte, ich wäre lyrisch so begabt. Ja, das ist echt so. Was heißt das? Das muss ich hart, dieser Möchtegern-Kritiker, absolut auf den Arsch treten. Weil, Digga, die gehen gefühlt in den Kommentaren auf seine Mutter, auf seine Ehre, auf seine Seele von Mois. Wenn man sich ein bisschen, nur ein bisschen mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt hat, ne? Man weiß, Digga, der Typ wurde entführt. Mois? Also hatte gefühlt Todesängste seines Lebens gehabt, okay? Der Typ, sein ganzes Hab und Gut wurde abgezogen von vermeintlich besten Freunden oder was auch immer. Der Typ hatte hin und her, Taschenleer, Digga, verrückte Zustände. Die kennen wir gar nicht. Hin und her, Taschenleer. Die kennen wir alle gar nicht. Das ist ein endliches Szenario vor. Und davon hat man Hohnen. Hin und her, Taschenleer. Ich hab gedacht, ich schaffte den einfach stehen zu lassen. Aber es war einfach zu gut. ApoRed ist für mich ein Phänomen. Also er redet jetzt seit 1.15 Uhr und alles, was ich wirklich verstanden hab, ist, dass er keine Meinung zu dem Thema hat. Ich bin gespannt, ob sich Oli, ob sich da in den nächsten 10 Minuten, 12 noch was dran ändert. Ich bin skeptisch. 10, 22 sogar. 100% posttraumatische Belastungsstörungen. Das hört man schon raus, wenn er ab und zu da talkt, Freunde. Wahrscheinlich auch Depression, Selbstmordgedanken, volles Paket. Und dann, dass man bei so einer Person so hart Kritik ausübt, egal jetzt, wer recht hat, wie, bam, bumm. Ihr hört das auch, oder? Das ist im Video, oder? Ja, ja. Okay, die Suri. Warte mal, der Hintergrund, sag mal bitte nicht, dass der Hintergrund nicht übelst greenscreenig aussieht, oder? Doch, der ist mega green. Ist das vielleicht wirklich am Ende der JV-H oder so gedreht? Weiß ich nicht. Wie geht man da drehen? Das geht doch nicht. Das glaub ich nicht. Ist denn mit dem Vorhang eigentlich, das ist ein Kabel, was da langläuft, ne? Ja, es sieht aus wie ein Kabel, aber es ist perspektivisch, haut da irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht, was denn da nehmt. Nee, was ist denn das auch? Aber wenn es greenscreen ist, ist es echt stabiler greenscreen. Also ich glaub nicht, dass es greenscreen ist. Das ist so ein Hintergrund-Wall, vor dir sich gestellt. Aber das kann sein. So ein Bild in einem Baumarkt oder sowas. Ich frag mich, in welchem Land die Sirene so klingt. Nee, der Chat meint USA. Naja. Okay. Digga, der lässt doch einfach, der lässt doch GTA 5 Atmos-Sounds einfach im Hintergrund laufen. Das ist einfach gut. Sehr geil, jetzt so Radio-Durchsagen. Okay. ... falsch. Also gerade bei dieser Person, gerade bei Mois, muss man absolut sein Zimmel sein. Stimmt, der Fernseher hat keine Spiegelung. Wirklich, also das muss man zuallererst sagen. Und jetzt fragen mich immer Leute, Red, was meinst du denn jetzt, Digga? Ey, auf welcher Seite bist du hier, da, dort? Ich bin ehrlich, wenn mich immer fragt, ich lache immer, ich denke mir so, Digga, juckt mich gar nicht. Das sind zwei 30-plusjährige Männer. Das sind nicht mal Kinder, das sind Männer in Gottes Namen. Der eine mit, beide mit Familie, Väter, Hauhi, alles volles Paket, ne? Und eigentlich, ich bin ehrlich, der eine hat es nicht nötig, da irgendwie eine Distract-Line über den anderen zu machen. Wiederum hat der andere auch nicht nötig, 90 Minuten wieder gegen den zu machen. Eigentlich, Digga, sobald der erste einen Fehler gemacht hat, jetzt entfalle ja zum Beispiel Mois, sollte vielleicht die andere Person versuchen, Kontakt aufzunehmen. Ich kenne den ganzen Background aus gar nicht, aber hätte eigentlich alles über diese ganze Situation, hätte gar nicht so stattfinden müssen, prinzipiell, ne? Und jetzt, wir haben doch immer mal gesagt, es wäre ganz cool, wenn Leute einfach ehrlich wären und dann sagen, so über ihren Schatten springen und sagen könnten, Digga, ich habe dazu keine Meinung, weil ich darüber nichts weiß. Dieses Video ist das absolute Gegenteil davon. Ja? Dieses Video ist 100% Digga, ich habe ganz viele Meinungen über etwas, von dem ich absolut gar nichts weiß. Eigentlich ist dieses Video so eine wirklich schöne Metapher für dieses, also ich habe ja keine Meinung dazu, aber, Punkt, Punkt, Punkt. Und du siehst hier auch von der Aufteilung, ersten 30 Sekunden, ich habe ja keine Meinung dazu, aber, bumm, 11 Minuten folgen. Das geht, glaube ich, ganz vielen Leuten, ganz oft so, die dieses Aber-Sagen. Ich sage mich, die Leute jetzt, wie gesagt, was finde ich jetzt darüber, wie denke ich darüber? Und ich bin ehrlich, ich bin ganz straight, ich bin ganz, ganz straight. Toll. Ich stehe da so richtig jetzt nicht auf der Seite X oder Y, aber, ich bin ehrlich, Mois tut mir hart leid. Er tut mir hart leid. Nicht wegen der aktuellen Situation, nicht wegen dem Beef, nicht gerade, weil jetzt irgendwie die Majority, die, sagen wir mal, der Höhenanteil jetzt gegen ihn ist, was auch immer. Nicht deswegen. In Majority. Nicht deswegen. Ich versuche jetzt einen Punkt einzuleuchten, Freunde. Ich schlisse den Weg. Ich muss mal jetzt zuhören, das ist jetzt richtig wichtig für euer Leben, okay? Okay. Es geht darum, dass er in sein Leben, was Beziehungen angeht, hart verkackt hat. Hart. Hart. Und das hätte niemals so kommen müssen. Mois, oder? Digga. Oder Meierström. Für die Leute, die sich mit Mois nicht auseinandergesetzt haben. Der Typ hat wirklich, also ich bin cool mit denen. Mois hat für mich sowieso Abi-Status. Er ist älter als ich. Er hat hier Erfahrung. Bam, bum, bing. Aber, was Beziehungen und Freundschaften angeht, ich kenne keinen Menschen auf diesem Universum, der noch mehr verkackt hat als er. Und das ist gar nicht böse gemeint. Und ich weiß auch, von wo das kommt. Ich kenne ihn doch. Er ist ein Todes, eigentlich lieber gutmütiger Mensch. Aber auch bei diesen Menschen ist eine heftige Naivität mit verbunden. Naivität nach dem Motto, du lernst Leute kennen, du schließt sie direkt in einen Freundeskreis, Bro, was auch immer. Und am Ende sind das die größten Ratten. Digga, ein Mois, ihr müsst euch vorstellen. Alles gefühlt wurde abgezogen von ihm. Wann kommt das, was wichtig für mein Leben ist? Ich war da auch noch drauf. Also irgendwas muss noch wichtig für die Allgemeinheit sein. Bedroht von irgendwelchen Leuten wurde entführt. Er hatte Ohren im Wert von, keine Ahnung, mehr als 100 Ks, alle abgezogen. Mikrofone hier, teure Equipment. Bisher hat es ein bisschen was von dem Leave Britney Alone Video, finde ich. Alles abgezogen. Von alles vermeintlichen Freunden. Nicht mal von randoms. Von vermeintlich besten Freunden. Und jetzt ist die Frage, ist das normal? Wessen Schuld ist das? Ist das die Schuld von denen hauptsächlich? Betrifft ihnen nichts? Betrifft ihnen keine Schuld? Und ich sage euch ganz straight, wie es ist. Die Hauptschuld betrifft ihn. Ihm. Absolut. Absolut. Weil er als ein sehr erfolgreicher Mensch, wenn auch ein Mensch mit starken Führungsqualitäten. Ich wollte eine kurze Pause, sorry. Hat mich gekriegt. Hat mich gekriegt. Der gesamte Aufwand. Timing war einfach on point auch dafür. War richtig gut. Die Pause. Alles war wichtig. Hä? Gold. Hat diese Menschen an sich gelassen. Und wie gesagt, wie ich gesagt habe, safe aus Naivität und aus Gutmütigkeit. Aber das kann ein Mensch schon richtig kaputt machen. Weil guck mal, wenn ich das Ganze jetzt so in Kontrast stelle mit meinen Freundschaften. Guck mal. Wer sich so ein bisschen mit meinem Background so ein bisschen auseinandergesetzt hat, er weiß, Digga, ich komme aus der Call of Duty-Szene. Ihr seid mit deinem Background auseinander, weil wir nicht wissen, ob es Greenscreen ist oder nicht. Aus welcher Szene kommt der, sagt er gerade? Oli, Entschuldigung. Er war ein guter Call. Oli ist viel zu interessiert. Ich komme aus der Call of Duty-Szene. Ihr wisst, es war nicht die beste Zeit. Ich brauche mich darüber reden, Digga. Ich habe damals, 2011, 2012, damals auf YouTube angefangen. Moment, das ist sein Background jetzt? Warte. Andere kommen aus dem Ghetto oder von der Straße. Paul, aber die Call of Duty-Community ist ein hartes Pflaster. Alles klar. Weißt du, also vielleicht hattet ihr eine drogenabhängige Mutter. Ah, Digga, jetzt mal, jetzt mal auf den Spaß. Also, YouTube 2012, 2011, Call of Duty-Szene. War ja schon ein bisschen, oder? Viel näher ans Ghetto kommst du nicht. Aber in der Call of Duty-Szene war er doch kein kleines Licht oder so. Nein, er war auch nicht. Schon gut unterwegs, oder? Er gehört zu den ganz großen Metallics und so. Meine ich, meine ich, ja. Ja. Call of Duty, ich habe einen Plan gemacht. Und ich habe da Leute kennengelernt, neue Freundinnen kennengelernt zum Beispiel. Als Beispiel der Kollege Angel. Scheiße, jetzt wollte ich es zitieren. Nee. Oli, was ist passiert? Die Schuld liegt ganz klar. Beim Häus. Nee, was habe ich gerade gesagt? Ich bin nicht gut jetzt gerade in solchen Ratespielen. Bin so ein bisschen lost. War mir raten, muss ich ganz ehrlich sagen. Von Triple Nuclear Life. Triple, Triple Nuclear Life. Oh mein Gott. Ich von Angel. Digga, als Beispiel. Was? Angel kenne ich seit elf, zwölf Jahren. Ich bin ein bisschen heute mit ihm cool. Der von Buffy, oder wer? Auch mit anderen Leuten, mit denen ich damals Freundschaft geschlossen habe, die ich vom Zocken kenne. Ich bin so lost. Es geht weiter. Was habe ich nach dem Zocken gemacht? Nach dem Zocken habe ich ja diese Lifestyle-Geschichte gemacht. Er hat jetzt vier Minuten über Mois geredet und macht den Rest des Videos, macht er jetzt über sich, oder? Oder? Ich glaube schon. Also bisher, ich mache das selten, aber ich versuche wirklich gerade ganz, ganz aktiv zuzuhören, um zu verstehen, worum es geht. Und was ich bisher verstanden habe, ist, dass er zu Mois und Maestro keine Meinung hat. Ja, aber ich finde auch gut, dass du endlich mal zugibst, dass du nicht zuhörst. Nie, Paul, nie. Ich mache das ja ganz selten, aber diesmal versuche ich es. Ich glaube, er hat dieses Video nur gemacht, weil er sagen will, yo, ich bin cool mit Mois, ich glaube, seine Kumpels sind alle Snitches, weil meine Kumpels sind alle Snitches, here's why. Das ist so das Gefühl, was ich von ihm kriege. Ich bin gespannt. Ich habe manchmal bei Abbau das Gefühl. Er macht das Video in der Hoffnung, dass er jetzt die Dicke mit Mois wird. Das kann auch sein. Ein Sia Bam Boom Bing Badabang, ne? Bam Boom Bing Badabang. Wen habe ich da alles kennengelernt? Ich kann aber so kurz vom Gedanken her aufzählen. Ich habe einen Marcel Skorpion kennengelernt, einen Vizca Barca, einen Krapi, einen KS, ich habe einen Altana kennengelernt, einen Leo Machère, einen Simon Desue, einen Montinius ne? So viele Leute kennengelernt. Ein Todes. Und das war lange her. Ich weiß nicht, wie lange das ist. acht, neun Jahre, zehn Jahre, ich glaube zehn, doch zu zehn Jahre oder so. Und ich bin mit dem, bis heute bin ich mit dem noch alle, so bis heute. Ich habe teilweise Gruppen mit dem, wo wir, keine Ahnung, regelmäßig. Was heißt so? Äh, Bruder. Okay. Tipps schicken, Chats schicken, wir lachen uns tot. Bis heute. Und dann, keine Ahnung, 2017, 18, habe ich mit Stil, habe ich ja so Fortnite gemacht, auch neue Freundschaften geschlossen. Digga, auch da. Ein Clan, ne? Mein Clan da gab, mein Gaming-Clan, dann auch nochmal neue Leute kennengelernt. Designer, Spieler, etc. Ob es ein Nasty ist, ob es ein Trunks ist, ein Venus, was auch immer. Den Namen kennt ihr wahrscheinlich alle gar nicht. Aber, was ich damit sagen will, bis heute, mit diesen Leuten, die ich dann vor fünf, sechs, sieben Jahren, I don't know, kennengelernt habe, bis heute mit denen noch so, so. Ja. Und jetzt darüber hinaus, mit meinen alten Kollegen, die ich von der Schule kenne oder sonst wo, bis heute nach 17 Jahren. Bist du auch so? Nach 17 Jahren, saubere, gesunde Freundschaft. Darüber hinaus, wie ist das Verhältnis mit der Familie? Mit meinem Vater, ich bin so. Rechts Küsschen, links Küsschen, was geht ab? Dies, bam, bum, bada, bing, ne? Mit meinen Geschwistern, so, so, durch dick und dünn, egal wann, hao, hi. Volles Paket, volles Programm mit meiner Mom, alles. Dieses Endlevel-Szenario. Cousins, volles Paket, ne? Und da stellt sich die Frage, bei diesen Leuten, wir reden hier von 30 Leuten oder so, ne? Also er will eigentlich nur sagen, bei ihm ist alles cool. Er ist mit allen Freundschaften, die er jemals in seinem Leben geschlossen hat, vom Sandkasten bis heute, bis auch die Fortnite, die ist das, hi-ho-hu, Leute. Noch so, aber Mois ist selber schuld daran, dass er abgezogen worden ist, weil er ist mit seinen Homies nie so gewesen. Also er war nie, er war nie, hi-hu-ha genug mit seinen Bada-Booms. Nie, nie Endlevel mit meiner Mama mach ich alles von vorne bis hinten durch. Also Mois war, Mois war nie Endlevel mit Abos Mom. Das letzte Mal in meinem Leben, dass ich so verwirrt war, hat Jeremy Fragrance über Käse gesprochen. Über Oregano, dachte ich. Nee, Käse, das war schlimmer. Okay. Hä? Also, wenn mich jemand fragt, hast du, kennt ihr, der sollte jetzt sagen, ich hab nicht viele Freunde, ich hab nur so ein paar Freunde, aber das sind gute Freundschaften. Denk mir halt, ich hab 30, 40 Freunde und die sind alle heftiger als deine zwei, drei Freunde, die du hast. Und das ist die Frage. Glaube ich nicht. Als weiss ich, habe ich jetzt Glück gehabt? Habe ich jetzt Glück gehabt mit meinen Freundschaften? Und ihr müsst euch vorstellen, in diese ganzen Freundschaften, die bis heute noch anhielten, seit Anfang, bis heute, ne? Keiner von denen hat mich verarscht. Keiner von denen hat mich gescannt. Keiner von denen hat mich rasiert. Und andersrum natürlich genauso. Keiner von denen ist irgendwann mal auf dich zugekommen und hat dich gefragt, Digga, bist du dir absolut sicher, dass das auch so in Respektive betrachtet eine gute Idee ist, was du da gerade alles abziehst und dich damit komplett in den Ruinen treibst, dein Leben lang verschuldet bist und vielleicht in den Knast kommt? Keiner von denen, weil das alles ultra krass stabile Hauhi, Bada Boom, Bada Bang, Kumpels sind. Aber ich glaube, du bist nie ein richtig cooler Freund, wenn du nicht noch schon mal deinen anderen Freund rasiert hast. Ich bin da bei dir, Paul. Ich finde, das gehört zu einer guten Freundschaft dazu. Ich finde auch wirklich, das gehört dazu. Also das ist jetzt eine schwache Aussage von ihm. Das ist schwach. Wir hatten nie harte, brutalische Streitereien oder was auch immer. Natürlich, ab und an gab es ein paar Gezanker und so, aber man hat immer geklärt, so Kleinigkeiten. Aber immer alles gesund, immer alles fresh. Und da stellt sich die Frage, wie gesagt, habe ich Glück gehabt? Nein, das ist eine rhetorische Frage natürlich nicht. Nein, das ist das Ding. Ich bin auch ein sehr gutmütiger Mensch. Digga, ein Kollege von mir, ich habe kein Auto gerade, kann für seine Eltern nicht Familie ruhen. Bruder, kein Problem, ich habe den Lambo stehen. Nimm Schlüssel. In diesem einen Wort war so viel Emotion drin. Er hat kurz fast angefangen zu weinen, weil er konnte sich plötzlich an Zeiten erinnern, in denen er wirklich kurz einen Lambo hatte. Ich wollte gerade sagen, in dem Wort Schlüssel war, und ich meine das ernst, war diese Emotion, ich hätte so gerne einen Lambo drin für mich. Wirklich. Hört euch das nochmal an, bitte. 1A. Schlüssel. Ich habe Range Rover gekauft, 100 Mille, was auch immer. Digga, hier, Papa, hier, ich schenke dir den Wagen. Noch mehr, ja? Kein Auto gerade, kann für seine Eltern nicht Familie ruhen. Bruder, kein Problem, ich habe den Lambo stehen, nimm Schlüssel. Hier, ich habe einen Range Rover gekauft. Oder? 100 Prozent. Ja, ja, ja. Kauft, 100 Mille, was auch immer. Digga, hier, Papa, hier, ich schenke dir den Wagen. Hier, meine Mom sagt, ich brauche ein neues Auto. Hier, 20 Mille, ich kaufe den Wagen. Digga, ich bin auch mein Segen. Deswegen bist du auch pleite. Was Freudefamilie angeht, 100 Prozent. Vermutlich. Ja, aber, ich bin nicht naiv. Ich bin nicht naiv. Ich bin trotzdem. Ach nee, halt, stopp. Wir haben ja schon festgestellt. Super clever. Super clever. Der Range Rover ist also auf seinen Vater geschrieben. Ja. Seine Auto ist auf seine Mutter geschrieben. Also, er ist am Start, ist er. Ja, ich habe auch vergessen, dass er pleite ist, weil er ja zehn Firmen hat, die aber nur 250 Euro im Jahr an ihn auszahlen. Aber ihm gehören zum Glück 80 Prozent. Ich bin, was Freundschaften angeht, verrückt achtsam. Und das ist das Ding. Das ist auch eine der fundamental wichtigsten Sachen im Leben. Digga, du wirst kein glücklicher Mensch. Mensch, du erreichst keine Zufriedenheit. Ja, wie geil ist die Idee aus dem Chat gerade? Pass auf. Ab einer 20er-Bombe kommt das. Hier ist Lambo, nimm Schlüssel. Als Sound-Alert. Ja, stimmt. Gute Idee. Gute Idee. Richtig stark. Die falsche Wohnung in Istanbul oder wenn du hier dicke Autos da und dort hast. Das primär Wichtigste auf dieser Welt ist erstmal gute Beziehungen, gute Freundschaften. Das, also das Erste in dem Video, wo ich sage, unterschreibe ich zu 100 Prozent. Der Rest habe ich nicht verstanden. Aber ja, jetzt gerade hat er Wahrheit gesprochen. Alles egal. Außer Freunde. Ist so. Langfristig. Verstehe, was ich meine. Und da, wie gesagt, tut mir was leid, weil er seine Freundschaften immer gewechselt hat, hier gewechselt hat, da neue Freunde, da wurde hochgenommen, da neue gewechselt, da hochgenommen, da gewechselt, da hochgenommen. Ich glaube, der einzige Freund, den er hat, ist, glaube ich, nur seine Frau und dann war es. Und das ist traurig. Das hat nichts mit, das ist, wie gesagt, das hat nichts mit Erfolg zu tun. Du bist nur erfolgreich, wenn du wirklich ein starkes Verständnis hast, ein stronger Character bist und, wie gesagt, darüber hinaus gute Beziehungen hast. Ob es jetzt Freundschaften, Familie bei Familie ist. Ich weiß, einige haben ein bisschen Probleme mit Familie und so, das kann ich auch nachvollziehen. Manchmal hat man ein bisschen verkackt, aber man kann da, wie gesagt, dann darüber hinaus mit guten Freundschaften, also gute Freundschaften haben. Ich fand gerade im Kommentar aus dem Chat, diese Moral hat mir One Piece schneller und besser erklärt. Fand ich irgendwie gut. Und das ist einfach fundamental wichtig. Und das ist das Ding, wo ich mir denke, mäustiger Bruder, es tut mir wirklich leid. Komm Bruder, komm nach Istanbul, wir chillen hier, wir chillen Dubai, wir chillen Afghanistan. Ich helfe dir, ich helfe dir, weil das ist hart. Das ist hart, das ist hart, wenn man andauernd rasiert wird, hier und da. Das ist so ein Ding, man muss richtig vorsichtig sein, Freunde, man muss immer richtig vorsichtig sein. Wen lässt man in dieser Leben sein? Manchmal denkt man sich so, ah, da ist ein cooler Dude. Ich dachte, das war bei euch. Nee, er hat seinen Ellbogen gegen irgendwas gelehnt hier. Wartet, guck mal da. So, ah, da ist ein cooler Dude, wir haben die gleichen Interessen, wir haben vielleicht die gleichen Ziele. Komm, let's be friends. Aber die checken mich zum Beispiel, dass er aber einen ganz anderen Charakter hat. Zum Beispiel ist man ein Mensch, der hat dann Werte, der hat seine Grenzen, der achtet auf bestimmte Sachen. Als Beispiel, es gibt, keine Ahnung, der eine, sagen wir mal, du willst jetzt Millionär werden, der andere will jetzt auch Millionär werden. Okay, let's be friends, wir sind Freunde, wir haben die gleichen Ziele. Aber du bist einer, du sagst, nein, ich habe meine Werte, ich würde zum Beispiel niemals ein Casino-Deal machen. Der andere sagt, nein, ich gehe über Leichen, ich mache alles, ist mir scheißegal. Verschied der, was ich meine? Man hat die gleichen Ziele, aber die Herangehensweise, die Verständnisse, alles unterschiedlich. Und das kann nur zu einem harten Konflikt führen. Und ich glaube, das ist bei Moils immer der Fall gewesen. Und das ist so das Ding. Also Freunde, was man am Ende des Tages... Hört ihr auf dem rechten Kanal auch die ganze Zeit so ein Knirschen oder Schnarren? Oder irgendwas? Ich weiß nicht, was das ist. Das ist immer so ein... Irgendwie so etwas ganz Komisches. Ich kann das gar nicht erklären. Was man daraus lernen kann, ist, ne? Passt auf, Freunde. Also wirklich, wenn ihr in ein Leben reinlässt. Ich bin super zufrieden mit meinem Leben. Wie gesagt, meine Freundschaften. Ich habe mega viele Freunde. Wenn man mich fragt, ey, hast du viele Freunde? Ich sage, ja, ich habe viele Freunde. Und alle Freundschaften, çok güzel. Çok güzel, sein Vater. Ich bin todeszufrieden. Ich kann mich immer auf meine Familie verlassen. Ich kann mich immer auf meine Freunde verlassen. Andersrum. Natürlich dann auch genauso. Und das hat die Höhe... Warte mal, da waren, da waren, da waren... Da waren Chroma Key-Fehler gerade. Ja? Aber dann ist das guter Chroma Key. Ja, pass auf. Ich habe die ganze Zeit schon darauf geachtet. Aber dann ist es wirklich gut gemacht. Hier, die Stelle ungefähr von seinem Arm. Die hier. Mhm. Ungefähr auf der Höhe. Relativ unter... Ja, unterm Schulteransatz. Glitscht ihm einmal... Der Hintergrund rein. Mhm. Bruchteil einer Sekunde. Familie verlassen. Ich kann mich immer auf meine Freunde verlassen. Andersrum. Natürlich dann auch genauso. Scheiße, das war die Steckdose im Hintergrund. Hab ich mich verguckt. Ich glaube nicht, dass es Green Screen ist. Also wenn dann ist... Der ist zu gut gemacht. Wenn dann. Wirklich. Aber die Ränder sind nicht scharf. Guck doch mal allein jetzt. Das muss nichts heißen. Das ist eher sogar ein Zeichen dafür, dass es kein Greenscreen ist. Das sieht so weird aus alles. Normalerweise kannst du, wenn er sich schnell bewegt, würdest du einfach bestimmte... Bestimmte Artefakte etc. sehen können. Aber ich glaube nicht, dass es Green Screen ist. Auf gar keinen Fall. Und das hat die höchste Qualität im Leben, Freunde. Ich glaube, AppenRate hat den besten Greenscreen aller Zeiten. Und... Wie gesagt, das ist so... Nach dem Motto, das Ganze... Wie ich das Ganze betrachte, mir ist es scheißegal, hier, da, das gezahlt. Und so, das sieht alles immer scheiße aus. Man muss das jetzt irgendwie hinter den Kulissen klären. Ich bin mir sicher, die machen das am Ende des Tages. Ich weiß, das sind beides coole Dudes. Definitiv, das sind beides coole Dudes. Die haben vielleicht beide irgendwo hier und da ein bisschen Kommunikationsprobleme gehabt, hier und da. Aber das wird sich bestimmt klären, Freunde. Wie gesagt. Auf jeden Fall kann ich eins sagen, der Raum oder wo auch immer er aufnimmt, ist eigentlich viel halliger gewesen. Hier wurde bei dem Video nämlich nachträglich hall rausgerechnet, deswegen klingt es so dumpf, wie durch so eine Pringles-Dose, was ich am Anfang meinte, aufgenommen. Das ist, wenn man im Nachgang halt Steuergeräusche rausfiltert, dann klingt das am Ende so. Und diese Straßengeräusche, wer weiß, vielleicht ist das auch vor so einer Bauhaus-Plakat-Geschichte aufgenommen oder so. Weiß ich nicht. Möglich. Ich weiß vom Grund auf, das sind beides keine schlechten Menschen. Definitiv. Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich mache jetzt die Tage noch ein weiteres Video, wenn ihr Bock habt, okay. Zeige ich, mache ich ein bisschen Roomtour, Wohnungsdour, etc. Ich habe ja gerade den ausländischen Hasen wieder aktiviert aus so den geschäftlichen Urlaubsgründen. Deutschland auf Dauer ist echt behindert langweilig, wirklich. Er hat den ausländischen Hasen reaktiviert wegen geschäftlichen Urlaubsgründen. Alles da. Hä, Alter, was? Wie viele Worte kriege ich da rein? Vor allen Dingen, hat ihm nicht ein Anwalt mittlerweile gesagt, dass er bei bestimmten Sachen einfach die Schnauze halten soll? Ja, deswegen. Er wollte was geschäftliches sagen. Ich hoffe, ich habe was mitgenommen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt streben und bleibt süß. Der Allerechte. Mäni. Das war kein Greenscreen. Safe. Mäni. Mäni. Also, Freunde, ich glaube, wir können zusammenfassen auf jeden Fall, dass ApoRed keine Meinung zum Thema Mäus und Maestro hat. Wer gehofft hat, nach diesem Video schlauer zum Fall Mäus und Maestro zu sein, tut uns leid. Tut uns leid. Aber schaut doch gerne noch ein anderes Video. Bis gleich. Macht's gut, die süßen Mänis.